Howdy Partners! Welcome zurück bei einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit den drei Deckstreppen und der Fidget-Spinner-Sammlung. Ja, der Fidget-Spinner-Sammlung. So, wir sind im Jahr 1636 und haben immer noch keinen Plan, was wir überhaupt tun oder tun wollen. Aber es funktioniert. Glaube ich. Wir haben St. Petersburg erobert, das heißt nicht St. Petersburg. Jetzt heißt es St. Petersen. St. Petersen. Ja. Und ich habe mich entschieden, auf Absurdismus zu gehen, übrigens. Das heißt, ich werde meine Regere umstellen. Das wird schwierig. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Bauern den Preis bezahlen können. Ich bin da sauernd. Die freuen sich. Ey, Jan, wie wäre es eigentlich, wenn wir ein paar Trade-Deals machen? So ein bisschen so, ne? Auslage. Trade-Deals? Naja, so du produzierst so Sachen so günstig und... Wie importieren die dann? Ja, also theoretisch, Christoph, wenn du Genua kontrollierst, können wir einen Trade-Deal schon machen. Eigentlich stimmt. Ich glaube nicht, dass du ein Trade-Deal mit Christoph machen willst, to be honest. Du fragst, was du kriegst? Wenn er das nicht so bedenkt. Ich zeig's dir. Wenn er schon so anfängt, dann weißt du, wie's Ende ist. Ich leite mal einen Monat alles nach Genua, was ich so leiten kann, was jetzt noch nicht von meinem Haupthandel ist. Ja, mach mal. Obwohl, da geht's an Portugal. Musst du wenn über Tunesien machen. Aber warte mal. Naja, ich hab's gerade gemacht, über Alexandria hab ich's gemacht. Guck mal, aus 25 Dacke's mehr. Wow. Jetzt mach ich's wieder weg. Und jetzt sind's... Thema, den Monat. Dir ist bewusst, dass Spanien das Geld immer noch... Dir ist bewusst, dass er immer noch Spanien kriegt, ne? Ja. Weil er so gut wie keine Handelszentren da kontrolliert. Ist ja egal. Bro, er hat nur 45% Handelseinfluss. Was hab ich denn Hauptumschlagsplatz? Jan. Mein Hauptumschlagsplatz ist hier unten... Wie scherz, küsst du da unten rechts, oder was? Zanzibar, ja. 129. Schlecht. Schlecht. Ja, musst du noch ein bisschen mehr, aber... Hab ja Zeit. Sobald ich Spanien jetzt dann aus der Dingsküste, aus der Elfenbeinküste hab komplett, dann gehe ich da hin. Ja, bei mir gestaltet sich das alles hier noch ein bisschen schwieriger als gedacht. Weil das Heilige Römische Reich irgendwie nicht kippieren will. Wie kannst du es wagen? Ja? Heilige Römische Reich. Du hast das doch selbst im Multiplayer aufgelöst und getreten, wie ein Stück Scheiße. Das ist ja was anderes. Okay. Ganz bestimmt. Ganz anderes. Ganz anderes. Das ist sooo anders. Schon fast dasselbe. Warum ist das ne Festung? Und erneut stimmt ein Befehlzauber. Und es ist... Ja. Warte, ist gerade mein neu eingestellter Händler verreckt? Nee. Alter. Wollte schon sagen. Bitte was? Die Burjardiflut? Die Flut. Gegen Abend hat sich ein großes Sturm und Unwetter von Südwest her aus der See erhoben. Da begann. Da begann der Wind aus dem Westen so heftig zu wehen, dass kein Schlaf in unseren Augen kam. Als wir ungefähr eine Stunde auf dem Bett gelegen hatten, sagte mein Sohn zu mir, Vater, ich fühle das Wasser auf mein Gesicht tropfen. Die Wogen sprang am Seedeich in die Höhe, was so ein Fick ist ein Seedeich, auf das Dach des Hauses. Es war ganz gefährlich anzuhören. Eine plötzliche Sturmflut hat die Küsten von Schleswig und Dithmarschen erreicht. Die Deiche überschwemmt und die gesamte nordfriesische Landschaft unter Wasser gesetzt. Während der Wasserspiegel steigt, starben tausende Menschen oder verlieren ihr Zuhause. Ganze Inseln und Siedlungen wurden von den Wellen weggespült und sind für immer verschwunden. Ist das das Ende? Fragezeichen. Verliert zwei Grundsteuer, verliert zwei Grundmannsteuer, 100 Verwüstungen, ein Grundsteuer, zwei Grundmannsteuer, 100 Verwüstungen und Dithmarschen. Holy shit, die zwei Provinzen sind erstmal eine ganz schöne Weile lang unnütz geworden. Fuck. Ja, aber echt, ey. 100 Verwüstungen, so viel krieg ich doch nicht immer in dem Krieg. Holy shit. Minus 99% produzierte Güter, ja nee, ist klar. Das ist das erste Mal, dass ich das Event bekomme. Und es klingt cool. Hat bestimmt irgendeinen historischen Gegenpart. Könnt ihr gerne mal googeln, wenn ihr möchtet. Krass. Historischen Gegenpart. Das war, ja, es ist bestimmt historisch irgendwo hergekommen. Ja, wahrscheinlich. Kann man googeln. Logisch. Hat dir nicht so ein Riesenevent gemacht? Naja, Riesenevent. Na, eine Auswahlmöglichkeit. Aber es war zumindest mal interessanter als dieses Kometenevent, wo du 20 Sachen zu auswahlst und alles in mir durch Anstabilität. Ja, okay. Ist ja auch nicht schwer. Diese ganzen Rebellen auf Gotland immer. Was wollen die denn? Was wollen die denn? Was wollen die denn? Okay. Vielen Dank. Hey, warte, was? Rebellen in Gotland, wo sind... Also... Hä? Habe ich nicht gerade Rebellen von Gotland bekommen? Wo sind die hin? Die sind ja gar nicht gespawnt. Was soll denn das? Sind die jetzt einfach... Hä? Sind einfach nicht da. Cool. Okay. 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 Die sind ja gar nicht gespawnt. Okay. Vielen Dank. Ich erinnere mich, ob ich die Provinz haben wollte. I remember. I remember. I remember. I remember. Sag mal, das ist eine Monument an Nordafrika, so bei Portugal. In Saffi. Zehn Handelseffizienz, dafür lohnt sich kein Krieg gegen Kongo. Der afrikanische Subkontinent. Kein Europäer wird da je eine Provinz besitzen. Mit ferner Zukunft. Sag, das ist Großbritannien. Ja, ich weiß, Großbritannien hat doch noch eine Insel. In ferner Zukunft. Ja, ja. Fern und Zukunft und so. Ja. Okay. Vielen Dank. Ich würde echt brennend interessieren, warum die Unruhen so hoch sind. Ich verstehe es nicht ganz. Bin ich ehrlich? Bist du ehrlich? Bin ich mal ehrlich. Ausnahmsweise. Ich meine, was wollen die denn? Ich meine, die sterben eh nur alle. Die können so einfach zu Hause bleiben und nicht sterben. Schon eine bessere Idee. Sind wir mal ehrlich. Es ist nicht so, dass ich die angreife, es ist eher so, dass die mich angreifen. Und dann schreien die so was, die Menschenrechte und Gleichheit für Frauen und all so ein ganzer schwurbelerischer Schwachsinn. Braucht man nicht. Hm? Braucht niemand. Nee, nee. Alles Schmutz. Aber richtig, ja. Das ist dieselbe Verschwörungskacke, Alter, wie diese, äh, wie heißt das noch, äh, hier, dieses runde, sphärische Erdenmodell da. Geometrische, soll es schon, oder wie auch immer das hieß. Das, wo es heißt, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt und keine Scheibe, Alter, das ist so ein Schwachsinn, ey. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist echt Schwachsinn. Da hat einer an der Bon gezogen. Ich mein, die behaupten wirklich, die Erde würde sich um die Sonne drehen. Ich mein, wie viel muss man geraucht haben, um darauf zu kommen. Hat sich wohl mehr zu viel im Kreis gedreht, Alter. Oh, cool. Konstanz hat Rebellen. Kann sie erfolgreich bekämpfen. Das ist interessant. Wie Frankfurt ist gar nicht in meiner Handelsliga. How did that happen? Nürnberg ist auch nicht mehr in meiner Handelsliga. Sag mal. Ach, ich hab Krieg gegen die geführt. Ja. Ups. Ups. So, Frankfurt wieder drin. Nürnberg kommt jetzt als nächstes. Wie wollte? Oh, da unten. Ich hab mich schon gewundert, warum ich weniger Geld mache. Aber klar, ich hab ja keine 50% Handelseinflüssen im Rheinland mehr. Mann, ey. Tja. 26% ohne eine Provinz da zu besitzen. Naja, gut, meine, was dann, wenn ich die Mütze hinwünsche, oder so? Also, wie viele Befehlstelle von mir wollen denn noch sterben, Alter. Als ob meine ganzen Generäle, Altes, Alte Säcke sind. Oh, weil, warte mal, sitzt sie, oder? Fuck. Wie alt ist mein ältester General? Warte mal. 47 ist der eine. 74. 72. Okay, vielleicht. 90 Jahre alt. 90. Das hier ist übrigens das. Oh, hey, what? Die ganze Minus-1-Stabilität. 90 ist stabil. Bruder, das ist ein Haufen Knochen mit ein bisschen Haut dran. Zu der Zeit auf jeden Fall. Also, wir müssen den Feind flankieren. Herr General, wir haben den Feind vor einer Woche flankiert. Wir sind schon weiter. Nur ein bisschen. Okay. Ich gehe dann wieder schlafen. Herr General, es ist 1 Uhr tagsüber. Es ist, also, es ist 13 Uhr. Wo, wo, wo... Egal. Du kannst gut nachdenken. Ja. Auf irgendeinem Punkt kapitulieren die Aura einfach nur. Ja. Ja. Nein. Wer. ק. Ich gehe dann wieder. Ich gehe dann wieder. Wir müssen uns aufbauen. Ich gehe dann wieder. Ich gehe dann wieder. Ich gehe dann wieder. Sollen wir mal schauen, wie lange der Osman hier noch durchhält. Der Osman ewig. Ja, glaube ich auch. Hat er überhaupt Schulden? Ja, 9000. Er ist noch höchst motiviert. 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 Was ist denn eine ostslawische Kulturgruppe? Guten Böhm oder Polen in die Richtung, ne? Jan, Google mal. Ostslawische Kulturgruppe. Neofil, ja. Ist das nicht slowakisch einfach normal? Es gibt mehrere... Ja, ostslawakisch ist wahrscheinlich so transsilvanisch und die slowakische, also Ungarn so das. Basically das Teil von Ungarn, was der Osmaner hat. So, googlen wir das mal. A, B, C, D, E, F, G. Ist da eine andere Richtung? Gut, ich kann die Kultur nicht ändern, weil die Nationalismus haben. Aber das heißt, ich muss Novgorotisch in die Provinz einfach nur konvertieren, was ich nicht kann, weil ich das nicht besitze. Boah. That sucks. Man, ich hätte so gerne einen eigenen Winterpalast. Das ist wichtig im Leben. Ja, so heißt das Monomel in San Petersen. Ja. So, nur möglichst wieder erfolgreichen Abendstieg wird kuriert. Schon wieder 30% Einfluss in Reitland. Nice. Nice. So, dann fangen wir mal an, die Länder zu annektieren. Also weitere Länder zu annektieren. Und deshalb annektiere ich jetzt doch. So, ich habe jetzt 99% Merkantilismus. Noch ein Merkantilismus mehr. Und ich habe 100%. Triple Digits. Bis zur nächsten Folge, meine Damen und Herren. Tschüss.